So ihr Hübschen, da bin ich wieder. Willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom fünften bis zum elften vierten. Was haben wir hier schönes in unserem Hexenkalender von Amazon? Wir haben Fortuna und Quanjin Montag. Die Dinge, Quanjin habe ich euch schon ein paar mal erklärt, ist die Meisterin, die die Dinge in den Fluss bringt. Hier guckt mal, da haben wir auch gleich die Wassermann-Mond-Energie, die geistige Führung, das geistige Wissen um das, was in die Veränderung gebracht werden muss. Für mich aber auch auf das astrologische Wissen, das heißt auf die Sterne zu achten, was da jetzt wie wo weiterzieht. Was da jetzt wie wo weiterzieht. Wir haben Donnerstag, den letzten Portaltag. Wir haben Tag der Geschwister. Tag der Geschwister. Schaut mal. Noch nicht diese Woche, aber anscheinend schneiden dann die Energien schon ein. Nächste Woche zieht nämlich die Venus weiter in Stier. In der Stier-Mond-Energie. Da haben wir auch Lilith, die ja immer noch im Stier verweilt und die Venus zieht dann auch bis zum 8.5. in den Stier. Das heißt, wir haben Lilith und Venus gleichzeitig im Stier. Das Weiterziehen am Nachthimmel, am Sternenhimmel. Gut. Lilith und Venus im Stier. Schreit nach dem Zusatz-Orakel. Das muss ich mir mal eben aufschreiben, ihr Hübschen. Wartet mal. Lilith und Venus im Stier. Venus im Stier. Und schaut mal, die Lyriden haben wir dann auch noch. Hier ist ja witzig wieder, ne? 16. Am 16. Ziehen die Lyriden. Hallo Dicker. Hier, das ist übrigens mein Kater, ne? Das ist Tonic. Ich habe ja Gin und Tonic, ne? Die Lyriden. Am 16. Das schreit auch nach dem Zusatz-Orakel, würde ich sagen. Das ist mir gerade zu viel Aufmerksamkeit in diese Richtung. Lyriden. 16. Ja. Gut. Aber wir legen ja jetzt auf diese Woche. Und diese Woche sind wir wohl noch sehr mit den Portal-Tagen beschäftigt. Bis Donnerstag, ja? Da haben wir den letzten Portal-Tag. Und worum es dabei geht, da geht es viel ums Ich und Du. Wie immer, wenn die Portal-Tage offen sind, haben wir ja auch schon gelegt, ne? Mit dem Vollmond-Orakel und auch mit dem Halbmond-Orakel. Kleiner Randale, Bruder. Und Ende der Woche geht es dann, ja hier, guckt mal, ne? Tag der Geschwister ist auch in der Widder-Energie, ja? Geht es ums Weiterziehen, ja? Und in den Portal-Tagen wurde oder wird noch das Wissen dafür gesammelt, ja? Das geistige Wissen dafür gesammelt, damit die neuen Energien, ja? Wenn die Venus mit Lilith zusammen im Stier verweilt. Das muss ich auch echt als erstes machen. Das juckt mich nämlich jetzt schon wieder hier, Hübschen. Wartet mal. Will ich mal kurz mit dem Lenormand hinlegen. Wenn Lilith, wo ist sie denn? Hier haben wir schon mal den Stier. Da haben wir schon mal Venus. Da haben wir Lilith. Lilith ist sowieso schon im Stier. Seit längeren, ne? Geht es ja um das Auseinandersetzen, Klären und Bereinigen der Verbindungen. Lilith im Stier habt ihr sowieso schon in der Infobox. Und jetzt Tag der Geschwister, ja? Zieht Venus hinterher, ja? Also ihr habt jetzt anscheinend, und das ist auch das, was wir mit dem Halbmond und dem Vollmond-Orakel gelegt haben, ja? Ihr habt jetzt anscheinend mehr als genug Wissen gesammelt, ja? Um weiterzuziehen, um eure Verbindungen zu klären und zu reinigen, ja? Ich meine, es ging die ganze Zeit ums Wurzelchakra, ums Erden, ja? Um, ja, Wissen. Und dann ist das aber auch die, ja, die Streitereien in den Verbindungen, ne? Jupiter im Wassermann. Dreierkonstellation. Danke! Ne? Lilith und Venus innerhalb der Verbindung. Das heißt, das Zusatz-Orakel, Lilith und Venus im Stier werde ich dreierkonstellationen, werde ich auf dreierkonstellationen legen. Ja. Und die Lyriden erst später, das sehen wir dann. Was ich dazu dann noch mache. Gut. Guti gut, kleiner Knut. Vielen Dank, weiß ich Bescheid. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein, ne? Also anscheinend die Kartenauswahl kosten diese Mondenergien jetzt nochmal Kraft, ja? Aber es ist auch eine kraftvolle seelische Botschaft dahinter, ja? Und die Angel and Ancestors, ja, ähm, geistige Führung, ne? Okay. Hier guckt mal, die Unterseite des Kartendecks. Deine heiße Arbeit zahlt sich jetzt aus. Mit dem Neumond im Widder. Wann haben wir den? Alter, da ist aber gerade viel los am Himmelsgestirn. Neumond im Widder. Hauen wir auch nächste Woche. Also nächste Woche wird, ähm, ja, ne? Guckt euch das an. Knaller, Pufferler. Okay. Und das ganze Wissen dafür sammelt sich jetzt während der Portaltage an. Na gut. Dann schauen wir mal rein. Und mit dem Neumond im Widder schallt sich dann anscheinend die harte Arbeit, die ihr gerade, äh, macht, wo wir gerade jetzt gleich nochmal drauf gucken werden, die anscheinend, äh, sehr kraftvoll ist, aber auch Kraft, äh, kostet, aus. Na gut. Ich hab mich bei der Reihenfolge wieder an die, äh, Mondenergien gehalten, an die Abfolge der Mondtage, ja, wir haben hier Wassermann, ne, Luft, Fische, Wasser, Widder, Feuer. und ihr Erdzeichen, ihr seid, äh, diese Woche raus. Aber, wir fangen dann ja auch gleich nächste Woche mit euch an. Braucht ihr vielleicht Pause? Na dann. Gut, fangen wir an. Luftzeichen. Was haben wir da Hübsches? Mehr Selbstsicherheit und Stolz. Warum fühlt sich das jetzt aber gerade nicht gut an? Listigkeit. Listigkeit. Ich muss mal, ähm, weitergucken, ihr Lieben, ja, weil das, äh, fühlt sich jetzt, ich decke mal alle Karten auf, weil normalerweise, ne, aber ist ja immer so, ne, Stolz kann, äh, gut sein und schützen, ne, aber zu viel davon ist dann, ähm, weil mir wird der Spruch dazu gesagt, ja, Hochmut und Stolz kommen immer vor dem Fall, ne, deswegen, muss man jetzt, äh, müssen wir erst mal, müssen wir uns erst mal das große Ganze angucken. Wie geil ist das denn schon wieder? Müssen wir uns erst mal das große, ähm, Ganze angucken. Ah ja, deswegen sollte ich nämlich auch schon auf die nächste Woche gucken. Das ist also auf die darauf folgende, weil, ähm, das ist hier nicht der Vollmond im Schützen, ja, sondern das sind, ähm, sind die Sternschnuppen. Das sind die Luriden, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Die ihr Maximum am 22.04. und die 22 ist das Ich und Du. Also, ihr Lieben, ähm, aber es geht ja schon die ganze Zeit ums Ich und Du, ja, ich lege ja hier schon die ganze Zeit nur, ähm, aber es ist typisch, ne, typisch die Zeit vor Beltane, ja, vor Beltane geht es, oder mit Beltane geht es dann halt nur mal um die Vereinigung vom göttlich-weiblichen, göttlich-männlichen. Und, ähm, ähm, euch Luftzeichen werden dann anscheinend mit den Luriden, ja, mit den, mit den, mit den, mit den Sternschnuppen, ja, vom 16.04. bis zum 25.04. ähm, bekommt ihr einen anderen Blickwinkel, ja, ihr bekommt irgendwie einen anderen Blickwinkel. Ihr, ähm, weil das ist bei euch, schwingt wirklich diese, diese Schwingung, ne, die Energie mit Hochmut und Stolz kommt vor dem Fall. Und es geht darum, dass ihr, ähm, der Angst zu viel Raum gegeben habt, ja. Ihr habt euch selber getarnt oder in einer Situation eine Maskerade getragen und, äh, Dinge nicht zur Sprache gebracht, euer wahres Ich nicht gezeigt. weil ihr, ähm, zu stolz wart oder halt Angst hattet oder, ähm, euch nicht aus eurer Komfortzone herausgetraut habt. Das musste mal jeder selbst für sich hineinfühlen, ja. Und, ähm, lieber auf eine Chance gewartet, wo, ähm, mach du doch, wird mir immer gesagt. Ja, mach du doch. Aber das ist so dieses, wer im Glashaus sitzt, darf nicht mit Steinen werfen, ne. Also, ich hab hier wirklich Hochmut und, äh, Stolz kommen vor dem Fall, ja. Du hast dich selber getarnt und, ähm, auf deine Chancen gewartet, ähm, statt deine Maskeraden fallen zu lassen und Klarheit und Wahrheit zu sprechen. und das wird dir, ähm, das große Ganze, ja, dass das eigentlich, dass die Situation, in der du dich befindest, nur eine Rückspiegelung deines eigenen Verhaltens ist, wird dir, ähm, schmerzlich bewusst, wird mir gesagt, ja, wird dir jetzt, dann, ähm, mit den Lyriden, durch die Lyriden, durch die Sternschnuppen, durch die Pfeile, die da abgeschossen werden, ähm, schmerzlich bewusst werden. Und, genau, schau mal, das ist genau das, was ich versucht habe, äh, dir zu sagen, ja, ähm, ne, wer etwas Bestimmtes nehmen möchte, muss vorher erst mal seine Komfortzone verlassen und, ähm, in der Lage sein, das selbst zu geben, ja, wir bekommen es auf dem gleichen, ähm, Niveau zurück, ja, und, äh, Jungfrau, hier geht es wieder nicht um die Septemberzeit, sondern hier geht es um die, um die Unschuld, ja, um, um das reine, um das reine Gewissen, ja, hast du ein reines Gewissen, ähm, wenn der Schuh, ja, wenn dein Gewissen drückt, hier in dieser Zeit, ja, dann, ähm, machst du dir vielleicht ein Eingeständnis, wo du selbst nicht bereit warst, etwas zu geben, aber trotzdem auf die Chance wartest, dieses zu nehmen. Ja, hier schaut mal, da haben die, ich erzähle hier schon die ganze Zeit von den Sternschnuppen und hier haben wir die mystische, die mystische Kraft, ja, die, die hohe Priesterin, ne, das höhere Bewusstsein, ne, das große Ganze erkennen können. Ja, und diese mystische Kraft, ne, hier die Lyriden, die Sternschnuppen, ne, die Energie, die energetischen Pfeile sozusagen, die aufs Energienetz einschießen, die landen anscheinend, ja, wie immer, ne, Energie fließt immer übers Herz, durchs Herz, ne, übers Herzensbewusstsein, ähm, schießen direkt darauf ein, ja, dass du, ähm, etwas nehmen wolltest, was du selbst gar nicht bereit warst zu geben, wo du selbst, ähm, eine Maske gerade getarnt hast, äh, äh, getragen hast, dich getarnt hast, ja, aus, ähm, weil du aus deinem Sicherheitsbereich nicht raus wolltest oder zu stolz warst, keine Ahnung, das wirst du selbst am besten wissen, ja, hier schaut mal, ja, lange Rede, kurzer Sinn wieder, wie immer, ne, ähm, verlasse bitte, ne, lass das Rechthaberische los, ja, und was habe ich euch einleitend schon gesagt, sie sagen mir hier den Satz, ähm, Hochmut und Stolz kommen vor dem Fall, und du wolltest hier irgendwas nehmen, was du selbst gar nicht geben willst, wolltest, das wirst du am besten wissen, ja, nicht böse gemeint, ne, vielleicht, weil du dich nicht getraut hattest, ja, weil du Angst davor hattest, ja, oder aber auch, ähm, Hochmut und Stolz kommen vor dem Fall, und das erzähle ich dir in der 16. Minute, ne, und ich quatsch dich die ganze Zeit voll über die Lyriden, und wann haben wir die vom 16. bis zum 25.4. kommen diese Energiepfeile zu uns herab, also gucke mal, wo du, ähm, rechthaberisch bist, ja, oder unbedingt Rechthaben willst, wo dein, wo es an dein Stolz und an dein Ehrgefühl geht, und wo du dir aber eigentlich eingestehen musst, ähm, dass du da etwas willst, was du selbst gar nicht geben willst, das ist hier der Rat an dich, Wasserzeichen, was bei euch los, ja, auch du bekommst, ähm, deine Sinne werden geweckt, ja, wir haben ja wieder, ne, die, die, ähm, das geistige Wissen, ne, die geistige Führung, ja, deine Sinne werden, äh, erweckt, und dein Engagement wird geprüft. Hier haben wir dann den Halbmond, aber im ersten Quartal, und wir, äh, das ist der letzte, das ist, ähm, das letzte Halbmondorakel, ja, mit diesem, mit diesem Halbmond, befindest du dich in einem Sturm, in dem es gilt, wachsam zu sein, dich nicht irritieren zu lassen, und zu verstehen, dass hier geprüft wird, in welche Richtung du dich engagierst, ja, investierst du in deine Träume, Fragezeichen, verpflichtest du dich deinen Träumen, Fragezeichen, ja, also wenn du dich da in einem Seelensturm befindest, dann, ähm, versteh das als Prüfung, ne, als Test, ob du das wirklich willst, ob du da wirklich rein investieren willst, ja, und, ähm, deine Wachsamkeit wird hier, sei wachsam, ja, die Prüfung kommt, okay, hier, guck, da sind schon wieder die, wieder die, die, ähm, Luriden, ja, also mir werden diese Pfeile hier, ja, hier haben wir sie ja schon, ne, und mir hier auch wieder, ja, das ist wie eine Vorbereitung, wie eine Vorbereitung auf die, äh, darauf folgende Woche, wieder, lässt du dich, äh, von deinen Träumen, ja, weil das ist ja eine schützende Energie, ja, lässt du dich von deinen Träumen, ähm, ähm, ableiten, ja, lässt du dich, äh, lässt du dich irritieren, äh, ist wieder das innere Wissen, das gibt's auch gar nicht, ne, also hier werden, äh, also hier werden, äh, Pfeile auf dich abgeschossen, wo du dein inneres Wissen brauchst, und es wird hier geprüft, ja, dass es von außen kommt, ne, es wird geprüft, ob du dein inneres Wissen, ährst, ja, ob du das ährst, wie fest das verankert ist, ja, so nach dem Motto, ähm, kannst du die nächste Runde antreten, ja, oder lässt du dich irritieren, und, ähm, ablenken und wegleiten, und sei jetzt wachsam, ja, sei wachsam, was da auf dich zukommt, das ist, äh, wie eine Prüfung, wie ein Test, wie sehr du jetzt mit deinem Wissen verankert bist, und, ähm, ob du, das ist, wie bist du bereit, ne, bist du bereit, dann lassen wir, ähm, den Stier jetzt frei, ha, ja, okay, wir werden noch mehr darüber rausfinden, Feuerzeichen, was ist da bei euch los, ein Affentheater ist da bei euch los, ihr bekommt, äh, Hilfe von außen, ja, von außen wird euer, euer, ähm, euer Wissen angetriggert, also, ihr bekommt jemanden, der sozusagen zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellt, ja, und, ähm, das ist eine Hilfestellung, eine Hilfestellung, in die richtigen Gedanken zu kommen, ja, es ist eine Hilfestellung, und, ähm, weil euch fehlen anscheinend noch gewisse Schlussfolgerungen, ja, deswegen kommt da jemand und, äh, stellt zur richtigen Zeit die richtigen Fragen, weil euch gewisse Schlussfolgerungen noch fehlen, und mit diesen Fragen wird bei euch ein anderer, ein neuer Gedankenkreis eröffnet, ja, ihr bekommt die geistige Führung in diese Richtung also, und damit sind Schlussfolgerungen, die für euch vorher nicht möglich waren, weil ihr in eurem eigenen Gedankenkreis, äh, gefangen wart, ähm, in greifbarer Nähe, Vollmondfinsternis, wann haben wir denn die nächste Vollmondfinsternis? Wann haben wir die nächste Vollmondfinsternis? Das ist ja Knaller, die haben wir Pfingsten, und Pfingsten ist, äh, der Heilige Geist, ne? Hier, schaut euch das mal an. Die nächste Vollmondfinsternis haben wir auch noch um 13 Uhr 13. Ja? Das ist ja auch schon wieder geil, oder? Haben wir am 26.05. einen Blutmond, ja, eine totale Mondfinsternis. Ja, aber irgendwie kommt ihr alleine nicht zu diesen Schlussfolgerungen, ja, da muss jemand von außen kommen und, äh, sozusagen eine neue, eine neue Gedankenrichtung einlenken, einläuten, ja, und dann habt ihr so, äh, auf einmal so ganz neue Schlussfolgerungen, ja, weil ihr da vorher noch gar nicht auf die Idee gekommen seid, vielleicht um diese Ecke oder um diesen Kreis zu denken. Ja, hier schaut mal. Da haben wir die Führung im Herzen wieder, ne? Sag ich ja, Energien kommen immer übers Herz. und, ähm, ja, da habt ihr wirklich einen Teacher. Ihr werdet geteacht, getatscht, ja, ihr werdet geteacht, getatscht, ja, und könnt ihr wirklich etwas lernen von jemandem, der einen neuen Gedankenkreis in euch öffnet. und dieser neue Gedankenkreis, äh, lenkt eure Aufmerksamkeit, eure Achtsamkeit in eine ganz neue Richtung, ja, in, in, hier, in verändertes Wissen, ne? In eine ganz neue Richtung, und, ähm, bis sich dieser Gedankenkreis dann schließt, ja, bis die Schlussfolgerungen da sind, das dauert dann bis Ende Mai, aber ihr habt den totalen Aha- und Öhö-Effekt und könnt dadurch mit etwas euren Frieden machen. Und zwar in eurem Herzen. Also ihr seht schon, ne? Ja, es ist diese Woche, für diese Woche an sich, deswegen habe ich auch, wir brauchen auch keine neuen Erlegungen für diese Woche machen. Für diese Woche an sich, ähm, haben wir hier gar nichts spektakuläres, weltbewegendes liegen, ne? Aber das war ja auch in den Gegenüberstellungen so angezeigt, ne? Das sind alles vorbereitende Energien. Vorbereitende Energien, ne? Darauf, dass, ähm, der Tag der Geschwister ist, ne? Und hier Lilith und Venus zusammen in den Stier ziehen. Darauf, dass es die, äh, Lyriden, jetzt weiß ich auch das Zusatzorakel für die Lyriden, das ist ja echt unfassbar. Ähm, da soll ich nochmal den, äh, Spiegelblick legen, weil dadurch gibt es wieder, hier, das ist ja die Kopfebene miteinander, ähm, spiegeln, weil sich einfach hier ganz neue Dinge ergeben, ne? Das sind alles jetzt vorbereitende Energien. Okay, es gibt also zwei Zusatzorakel hier hübschen. Es gibt Lilith und Venus im Stier mit Dreierkonstellationen brauchen wir neu und es gibt, äh, die Lyriden. Ja, unsere ganzen Pfeile, die hier abgeschossen werden, auf, äh, Spiegelblick, weil diese, diese Pfeile einfach ein ganz neues Wissen verbreiten. Ja, weiß ich Bescheid. R-Zeichen. R-Zeichen, ihr seid, äh, diese Woche nicht dabei. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht filmen wir es raus. Ihr seid da schon am rumtransformieren. Guckt mal. Ihr habt diese Woche für uns keine Zeit, ja. Ihr habt diese Woche für uns keine Zeit. Wieso, weshalb, warum? Auf euch, äh, strömt hier schon eine Transformation ein, ja. Und, ähm, ihr habt das Gefühl, euch da jetzt gerade auch, ähm, zurückziehen und schützen zu müssen, ne. Guckt mal, hatten wir ja jetzt die letzte Woche auch in den Tagesimpulsen mit drin und das macht ihr halt, ja. Und deshalb seid ihr gerade, glänzt ihr halt gerade durch Abwesenheit, ne. Ihr, ähm, habt da schon Energien bekommen, ja, die, äh, euch transformieren und, ähm, braucht dafür Ruhe, ne. Schutz gerade. Ja, dass es alles auf euch zukommt. Ihr seid, äh, was haben wir hier? Ganz genau. Und, äh, wenn ihr damit fertig seid, ne, hier, das ist das, das Allgemeine, was, was sich ja hier bei allen herauskristallisiert durch diese Mondenergien, ja, ähm, gewinnt die Energie an Dynamik. Und der zunehmende Mond, ne, der wachsende Mond, ne, was, was haben wir dann ja ab, äh, ja, jetzt muss ich hier erstmal wieder aus dem Mai zurückkommen. Ab der darauf folgenden Woche haben wir dann ja auch, ne, den Neumond. Neumond. Genau. Dass es alles auf euch zukommt. Jetzt haben wir hier gerade, ja, genau, hier guckt mal, ne, doppelt angezeigt. Ihr seid jetzt gerade im Wachstum, ne, der Apfel steht ja auch fürs Wissen. Ganz genau. Und bleibt da ganz verwurzelt und geerdet, ja, und schützt euch gerade, genießt gerade, bis die Energie hier wieder an Dynamik zunimmt. Und das ist halt diese Woche anscheinend nicht der Fall, ne. Diese Woche haben wir ja jetzt hier überall nur die Vorbereitungen auf, äh, die Woche da drauf gekriegt. Ja, wie passend, sind ja auch noch Ferien bei uns in Niedersachsen. Ja, ist krass, ne. Ist krass, ihr Hübschen. Es bleibt dabei, ich brauche jetzt eine Neunerlegung auf die allgemeinen Energien wirklich gar nichts zu machen, ja, weil, ähm, wir haben hier wirklich nur, ne, ihr lieben Luftzeichen, äh, auch da, ihr bekommt dann auch darauf die Woche ein größeres Bild, ne, und habt vielleicht in einem Bereich eine Bewusstwerdung oder ein schlechtes Gewissen, ja, wo ihr sagt, Mist, ne, ich, warte dann die ganze Zeit auf etwas ab, ja, was ich selbst überhaupt gar nicht gegeben habe. Wasserzeichen werden hier getestet, ja, wie sehr sie ihr Wissen, äh, verankert haben. Da wird das Engagement geprüft, wie viel Wert sie tatsächlich auf ihre eigene Träume und auf die Wunschabfüllung legen. Feuerzeichen wird ein ganz neuer Gedankenzyklus, äh, mit neuen Schlussfolgerungen möglich gemacht, vom Außen irgendwie angeschubst und angestoßen und Erdzeichen sind nicht da. Erdzeichen transformieren. Transformieren. Erden sich, schützen sich und warten ab, dass die Energie wieder an Dynamik gewinnt. Naja, dann würde ich sagen, genieß die Ostertage, ne? Genießt die Ostertage, erweitert euren Horizont, verpflichtet euch eurem Wünschen und Träumen, genießt die Zeit und wir gucken mal dann mal ab, was da noch so einströmen will. Ja, ich mache jetzt heute auch gar nichts mehr. Ich habe mir die Zusatzorakel aufgeschrieben und werde euch dann in den Tagesimpulsen bekannt geben, wann ihr die Antwort rufen könnt. Also, bis morgen früh. Bis dann. So am. Bis dann. Bis dann.